Jetzt mach ich die Tür zu, Alter. Jetzt gibts auf die Schnauze rollen. Nein! Halt die Schnauze jetzt! Ja, jetzt geht's. Er redet immer noch weiter. Willst du mich verarschen? Hör auf zu reden! Einen wunderschönen Tag mit euch und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Cyber Games. Heute spielt ich Super Jump gegen den Sui. Mit mir. Gegen den Nockel. Was geht ab? Mit der Skype ist er. Ja, ja. 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 Die ist das. Wir spielen Best of 3 gegeneinander auf der ersten Map Ender und es geht los. Und die Map? Oh, ich meine Sprinte nicht. Ich sterbe beim ersten Sprung. Ich auch. Ich sterbe nochmal beim ersten Sprung. Ich sterbe direkt dreimal beim ersten Sprung. Ne, ich nur zweimal. Jetzt bin ich runtergefallen. Hä, wie schafft man den ersten Sprung? Ich bin jetzt beim ersten Teil da. Hä, wie schafft man den ersten Sprung? Du musst springen. Ja. Das geht doch gar nicht. Digga, weißt du, wie schwer die Map ist? Und du nimmst sie auch noch. Ich weiß das nicht. Ich hab die noch nie gespielt. Nein! Digga, von da hoch. Alter, wie soll man den? Man muss ja auch immer von vorne anfangen. Das ist richtig ekelhaft. Ja, ist so, ne? Ich sag dir, die Map kriegen wir nicht hin. Ah, scheiße! Fuck. Ich schaff diesen ersten Sprung meistens gar nicht. Der ist einfach. Ja, erzähl keinen Digga. Oh, ich springe immer über einen rüber. Das geht doch gar nicht. Aha, die ist mir nicht. Tack, 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 tack! Boah! Was hat er geflogen? Oh, man! Fuck! Das ist viel zu schwer. Nein! Junge! Alter, was war das denn jetzt? Wir schaffen das, wir schaffen das. Sicher? So, wir schaffen das. Wir sind die Barboss. Vom Chabo. Alter, wie groß diese Karte einfach ist. Oh, ja! Die ist richtig schwer. Ich fahr einfach hinten rüber. Er nimmt einer der schwierigsten Maps. Oh, man! Weiß welche richtig eklig ist? Die Kuchenmap da? Ja! Ich spring jetzt schon zum vierten Mal über meinen Scheiß. Ich fahr kack über meinem ersten Sprung. Die Aufnahme wird 100 Minuten lang. Ist egal. Länger als schlagt den YouTuber. Okay. Wenn du was sagst, dann wird das still. Boah, seit wann wird Tag im End, Alter? Das verwirrt mich halt richtig. Nein, das ist gut. Dann ist es nicht so dunkel, Alter. Aber es verwirrt mich. Selber schuld! Oh, Mann! Oh, Mann! Wie kann ich den denn nicht schaffen? Ich hab den beim ersten Mal einmal geschafft. Okay, ich hab den nur einmal beim ersten Mal geschafft. Das geht ja auch noch. Okay, ich renne jetzt einfach durch. Boah, das geht nicht. Ich renne jetzt einfach die ganze Karte durch, Alter. Geht nicht. Das geht. Alles geht. Nein! Guck mal, kennst du das? Kennst du das? Ich lau... Du läufst zurück, weil du Angst hast. Und sprich... Ja. Und fällst hinten rüber. Ja, ja. Kennst du das? Ja! Ich bin wieder auf dem ersten Tower. Ich war da noch nie. Das ist unbekanntes Land für mich. Ich bin auf dem zweiten. Alter. Nein! Jetzt quetter ich den dritten hoch. Krass. Wie du ausrastest. Ich raste nicht aus... Okay, ich raste aus, aber... Ich hasse diese Sprünge hier. Fuck! Nein! 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 Oh, komm! Komm! Oh! Oh! Schwung hab ich schon im ersten Mal geschafft, aber jetzt nicht mehr. Oh! Oh, fuck! Schon wieder nicht geschafft, meine Freunde. Komm! Jetzt aber! Jetzt! Jetzt! Oh, mach! Oh! Oh! Nein! 360! Nee! Nee! Okay, jetzt! 360! Fuck! Daneben! Gas! Und... 360! Oh! Scheiße, Mann! Oh! 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 Digga! Er nimmt die schlichteste... Oh! Jawoll! Ich bin beim ersten... Ich bin beim ersten Turm, ihr Schlampen! Hm! Freu dich nicht zu früh, das wird viel zu schlimm! Ah! Ah! Gut! Ich bin beim ersten Turm geschafft! Oh! Das ist das Skill! Alter! Ich glaube, wir sind beim zweiten Turm gerade hoch! Ich bin jetzt auch beim zweiten Turm hoch! Ich seh dich da! Guck mal! Guck mal hinter dir! Aio! Junge, die ist so um die Ecke gesprungen! Weiß ich! Nein! Nein! Ich hab grad das gemacht, was du die ganze Zeit beschrieben hast! Dieses nach hinten rüber! Äh... Runter! Weißt du wie oft wie das passiert ist? Weißt du wie oft wie das passiert ist? Aber ich bin jetzt hier weiter schon! Ich hab den zweiten Turm geschafft, Digga! Was? Hecker! Nein! Ah nein! Oh! Junge, die aus... Du hast dich grad damit... Du hast dich damit grad richtig aus dem Konzept gebracht! Junge, die ausgeschwur... Guck, du kannst ja auch das seht ihr, da ist ja so ein Balken, ne? Ja, die ist einfach... Komplett ausgefüllt! Junge, ich bin einfach... Ich hätte den Sprung locker gepackt! Ja! Oh! Ich hätte den Sprung einfach locker gepackt! Und dann... Sprint ich einfach nicht! Ich... Ich lauf einfach nur! Alter! Oh, dieses Spiel... Ne, das fängt nicht richtig aus! Oh mein Gott! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Oben drauf! Oh! Oh, da hat er gewohnt! Oh, man! Alter! Alter, Junge! Jo, ok! Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Map und machen hier einen kurzen Cut! Woo! So, da sind wir wieder und jetzt sind wir auf... äh... Arena und... Jetzt geht's auch schon los und ich hab direkt verkackt! was ist denn los was ist denn los mit der was ist denn mit der los haben ist der los mit der das ist ja wie ocean alter nur bisschen anders halt von von der umgebung her alter die springe sind viel zu kurz für mich war für nicht nicht durchspringen richtig ok weil beim ersten versuch fast geschafft alter was ist mit mir los oh junge nein wie kann ich denn so durch sterben oh mein gott ich bin auf dem blog drauf und gehe nach hinten weil es ja wieder so hin passiert ist weil ich eins dazu nach vorne rüber zu fallen ja schreit scheiße zack 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 papo Oh, Junge, der Papa, der Papa. Oh mein Gott. Okay. Ah, nein, guck mal, wo ich bin, guck mal, wo ich bin, Alter. Nein, Mann. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Cut. Und vielleicht machen wir auch ein bisschen mehr als Best of Free. Wir machen jetzt noch eine Bonusrunde. Eigentlich hat Zuri ja jetzt schon gewonnen, ne? Ja. Wir machen jetzt noch eine Bonusrunde ohne Cut. Wir machen jetzt gar keinen Cut, Alter. Okay, ohne Cut. Gar keinen Cut. Ich darf Zuri jetzt herausfordern. Komm, wir den. Nach Herausforderung. Komm, wir haben einen Cut. Komm, wir den. Komm, wir spielen. Komm, wir spielen. Nein. Wir spielen jetzt Beut, aber auf dem Kopf, Leute. Also wir stellen gleich ein, dass mein Kopf auf dem Kopf ist, auch für uns. Und jetzt gibt es einen Cut. Oder einen Cut. Und nicht wundern, dass es nicht nur für euch auf dem Kopf, sondern auch für uns. Also während wir spielen ist es auf dem Kopf und das ist ganz schön awkward. Das ist das große Finale, Seidius, Digga. Bist du bereit? Ja, ja, ich gehe schon los gerade. Achso. Oh Junge. Oh fuck. Ich habe zwei Sprünge geschafft. Ich habe gar keinen. Oh, bitte nicht. Oh Junge, du hast das mega abgefangen. Oh, was ist das? Ich will immer das spielst du mit der Ocule Smith, wie schlecht ihr einfach wird. Nein. Boah. Aber. Was ist denn? Wie awkward das ist. Oh, okay, okay, okay. Oh, ich spiel die ganze Zeit. Nein. Wo geht es denn lang? Ich sehe nichts. Ach da. Okay. Die geht. Ich habe ja oft keine Orientierung, Digga. Alter, ist das ekelhaft. Oh. Oh, blöde Boss. Okay. Ist auch die Maus jetzt spiegelverkehrt, ne? Ich glaube ja. Na fuck. Nein. Den ersten und zweiten habe ich voll drauf, Alter. Und die Face Game hat gerade geflackert, Digga. Der dritte ist richtig eklig, ne? Geschafft. Nein. Doch nicht geschafft. Mann, der dritte. Fuck, ich bin einfach runtergesprungen in meinen Tod. Fuck. Ich gebe jetzt mal, Concentration Mode, wenn ich sterbe. Oh, Junge. Extra eine einfache Map genommen. Was für einfache, dem Ding ist es gar nichts einfach. Nein. Schafft den. Den dritten schaffe ich nicht. Das ist mega abgefuckt, Leute. Das müsst ihr mal selber ausprobieren. Oh, ich habe den dritten Sprung geschafft. Ich, ne, ne? Habe ich geschafft? Ich habe ihn geschafft, ja. Oh, Junge. Der vierte. Scheiße. Ja, geschafft. Habe ich auch. Ich habe geschafft bekommen, Alter. Gerade ich dachte, ich bin so runtergeflogen. Und meinst du, man wird immer so von... Nein. Gravitation wieder nach oben gezogen. Dinger, das ist richtig ekelhaft, Mann. Nein. Wer kam denn bloß auf diese bescheuerte Idee? Weiß ich nicht. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ich muss jetzt alles geben. Sui, die hat das nicht mehr wiedergewinnt. Oh, Junge. Das muss ich auch zum Zuschauen richtig ekel. Ich hasse dich. Ich hasse dich, ich hasse dich, Nockele. Du kannst auch aufgeben. Nein. Nein. Ich bin mit ihm rübergefangen. Alter. Oh, jetzt kommt mein Dad nach Hause. Das habe ich natürlich nicht mit einem Kakao gehabt. Gajolo. Oh, Dicke. Nein. Ich habe es aber jetzt langsam. Ich nicht. Oh, Mann. Ich fehlte mir den zweiten Punkt. Ich war schon gut. Hey, ruhig, Rolf. Wir nehmen auf, hey. Man, hilf mir, hey. Rolf. Psch, psch, psch. In deinem Käfig mit dir. Oh, nein. Du bist ein Penner. Ach, komm schon. Rolf, halt deine Schnauze jetzt. Ich muss mich konzentrieren. Sei mal ruhig jetzt. Halt dich. Rolf. Sei ein Eis. Du bist ein Holzkopf. Du bist ein Holzkopf. Du wirst aufgenommen. Hey, Universität. Du bist scheiße. Du auf Aufzug, komm. Mach du deine Schuhe aus. Mach du die Luft aus. Doch, bei Roller. Nimm du deinen Mist aus den Stunden-Titeln da raus. Rolf. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Wegen dir sterb ich die ganze Zeit. Was ist los? Ich habe 55 Tode, Alter. Ja, wie? Ah. Was ist los? Ich habe 56 Tode. Rolf, ich muss das gerade über Kopf machen. Und das ist das schwierige, als du denkst. Nimm du deinen Müll aus meinem Gesicht. Ich gehe da gleich hin. Jetzt halt die Schnauze. Halt du die Schnauze jetzt, Alter. Oh, Junge. Ich will das Video einfach Sui bettelt sich mit seinem Wasser oder so. Rolf. Ich kann mich nicht konzentrieren, du schwarz. Ich kann mich auch nicht konzentrieren, wegen Rolf. Mach du meine Türen zu. Mach du meine Türen zu. Es geht um Leben und Tod. Du bist ein Dummkopf, Rolf. Alter. Ich weiß nicht, wie ich springen soll. Du bist dünnes Eis. Ihr seid, dass ihr die Schnauze, Rolf. Oh, ich dachte, du bist so wirklich behindert. Oh, hör auf. Ich kriege Lachen. Na, cool. Rolf! Oh mein Gott, ich war so fein. Follow us on Twitter. Nö. Ich weiß, dass HSV 3-0 gewonnen hat. Halt die Schnauze. Jetzt war die Tür zu, Alter. Jetzt gibt es auch die Schnauze. Nein! Halt die Schnauze jetzt. Oh, ja, jetzt geht's. Er redet immer noch weiter. Willst du dich verarschen? Hör auf zu reden! Oh Mann. Er nervt mich des Todes, Alter. Können wir das jetzt nochmal spielen, Alter? Als ob das irgendeiner von uns packt. Komm, wir nehmen die nächste Super-Series. Egal, welche das ist. Okay, okay. Diese schwarz-weiße. Bei mir ist es negativ. Ja, das ist ja das. Sorry, Leute. Wir sind zu dumm dafür. Oh, Alter, das tut mir weh jetzt. Ich kann nicht mehr mehr so springen. Dumme Idee von uns, Alter. Bist du Kopf geschädigt, oder was? Aber richtig. Ja, sui, sui. Oh, du bist gefallen. Ja. Ich mach das aber auch alles fast in einem Jump-Soot durch. Oh, Junge. Alter. Junge. Oh! Ich hab gerade ausgerastet, bis ich. Ich konnte nicht mehr verlassen. Oh, fuck. Ich hab beim letzten Sprung wieder gefehlt. Ich auch vorhin. Der letzte Sprung, der ist schon, na? Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zup, zup. Zup. Ah, verdammt. Zup, 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 zup. Ficken. Zup, 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 zup. Ich kann nicht mehr zocken. Alles Ruhe ist schuld, Alter. Ja, ist auch so. Nein. Jetzt zack, 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 zack. Zack, zack. Und zack. Oh, Junge, wie angenehmer das ist, mal zu spielen ohne auf den Kopf, Alter. Ja. So. Wieder bei dem letzten Sprung gleich. Weh, ich schaff den nicht. Jawohl. Ja. Was? Hast du mich da runtergefunden? Ja, mich. Boah, Junge, nee. Okay, meine Freunde, ich hoffe, ich hätte das Video gefallen. Oh, warte, warte, ich muss das erst mal wieder umstellen. Wenn das der Fall ist, Leute, dann... Ich schaff mich sehr über eine positive... Alter, Junge, ich hab ein super Setting gefunden, das ist ja mal mega awkward. So, ich hab wieder das Normale. Ich hab auch noch eben, schnell, für die Endcard. Wo bist du? Da bist du, komm. Bisschen als scheiß normale Minecraft. Ah, ich hab's gefunden, okay. So, meine Freunde, ich hab euch heute das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mich sehr über eine positive Werdung freuen. Oh, du wirst sagen, tschau, bis zum nächsten Video. Und checkt Sumi und Björn aus. Ja. Und checkt Knuckle aus. Bis zum nächsten Mal.